Was ist besser, NanoCell oder QLED? Oder vielleicht zuerst, was heißt das überhaupt? Hallo, hier ist Maxim von tvfinder.com und in diesem Video werde ich euch zuerst erklären, was es mit NanoCell und QLED auf sich hat, bevor ich dann zwei bestimmte Fernseher genauer miteinander vergleiche. Vorher wäre es natürlich noch eine super Sache, wenn ihr unseren Kanal noch abonniert und die Glocke anmacht, damit ihr kein kommendes Video mehr von uns verpasst. Bei QLED und NanoCell TVs handelt es sich um LCD-Fernseher mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung und eben einer namensgebenden zusätzlichen Schicht. Die LCD-Schicht ist für die Farben der einzelnen Subpixel verantwortlich. Normalerweise besteht jedes einzelne Pixel aus drei Subpixeln in den Farben Rot, Grün und Blau. Mischt man diese drei Lichtfarben, entsteht Weiß. Damit eine andere Farbe als Weiß entsteht, müssen die Kristalle des entsprechenden Subpixels durch eine elektrische Spannung angeregt werden und ihre Orientierung ändern, damit sie das Licht ihrer Farbe nicht mehr durchlassen. Daher kommt auch die Bezeichnung LCD, englisch Liquid Crystal Display, zu Deutsch dann Flüssig-Kristallanzeige. Je nachdem auf welche Art und Weise die Kristalle ihre Orientierung ändern, sprechen wir auch von einem anderen LCD-Panel. Hier gibt es zum Beispiel Vertical Alignment, kurz VA oder Implane Switching, kurz IPS. Eigentlich verfolgen die namensgebenden Quantum-Dots der QLEDs und die Nanopartikel der NanoCell-TVs in besagter zusätzlichen Schicht den gleichen Zweck. Nämlich, es sind sehr kleine Partikel, welche die unreinen Farben, also alles andere außer Rot, Grün und Blau herausfiltern sollen. Somit können exaktere, leuchtkräftigere Farben dargestellt werden. Diese Technologie gibt es aber auch noch von anderen Herstellern, teils unter identischem, aber auch teils unter anderem Namen, wie etwa Triluminous bei Sony. Mittlerweile gibt es auch noch die Samsung Neo QLED Fernseher und die LG Q-Net oder Q-Net NanoCell-TVs. Diese nutzen dann aber Mini-LEDs als Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie die Hintergrundbeleuchtung in mehr Dimming-Zonen aufteilen, weil die einzelnen LEDs einfach kleiner sind. In diesem Video wollen wir aber bei den günstigeren Vertretern bleiben. Wir haben für dieses Video bewusst nicht die allergünstigsten Vertreter ausgesucht, sondern die günstigsten Vertreter, welche auch wirklich noch eine sinnvolle Option darstellen. Für andere Vergleiche könnt ihr einfach unser Vergleichstool auf unserer Website nutzen, wo ihr zwei beliebige Fernseher aus unserer Datenbank genauer miteinander vergleichen könnt. So, kommen wir jetzt aber zu Nano 86 vs QLED Q70A. Wir fangen mit den Gemeinsamkeiten an, gehen dann auf die technischen Unterschiede ein und wir zeigen euch, was daraus resultiert, bevor ich euch meine Meinung sage, welcher der beiden Fernseher bzw. welche Technologie für euch die passendere Wahl ist. Wenn ihr mehr über die Wertungen in unserem Vergleichsdiagramm erfahren wollt, dann könnt ihr einfach auf der Website mit der Maus über die Ecken gehen, um eine detaillierte Beschreibung zu sehen. In Sachen Gaming sind beide Fernseher gut aufgestellt. Beide Modelle besitzen ein 120Hz Paneel und eine Response Time von ungefähr 5 Millisekunden, sowie HDMI 2.1 Anschlüsse und einen niedrigen Input Lag. Und auch beim Sportschauen liegen beide Fernseher ungefähr gleich auf, nur haben sie leider beide mit dem Dirty Screen Effekt zu kämpfen. Jedoch sollte man schon vor dem Kauf überlegen, ob man sein Wohnzimmer auch abdunkeln kann und ob man gerne zusammen in der Gruppe schaut, denn hier kommt es auf das Paneel an und wie hell der Fernseher werden kann. Das gleiche gilt auch für den Betrachtungswinkel. Durch die aktuellen Betriebssysteme fungieren beide Fernseher als sehr gute Smart-TVs und bieten fast alles, was man im Alltag benötigen könnte. Der Samsung-Fernseher nutzt Tizen als SmartOS und der LG-Fernseher WebOS. Aber beide Systeme sind wirklich gut, sodass es hier eher um die eigenen Präferenzen geht. Als erstes fallen natürlich die Gaming-Features auf, die bei beiden Fernsehern eigentlich wirklich gut sind. Beide verfügen über mindestens einen HDMI 2.1-Anschluss, der eine via A via FreeSync unterstützt. Die Response-Time ist mit ca. 5 Millisekunden sowohl beim QLED als auch beim NanoCell-TV ebenfalls äußerst gering, sodass Spiele und Sport flüssig wiedergegeben werden können. Somit ermöglichen beide TVs ein reaktionsschnelles Gaming-Erlebnis. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Unterstützung von Dolby Atmos sowie der HDMI i-Arc-Anschluss, welcher Dolby Atmos sogar unkomprimiert an einen Audio-Receiver oder eine Soundbar weitergeben kann. Bei den Smart-Features verfügen beide Fernseher über nette Kleinigkeiten, wie dem Timeshift, einer USB-Aufnahme-Funktion und aber auch z.B. den integrierten Amazon Alexa-Sprachassistenten. Die größten Unterschiede bringt das Panel. Während beim Nano 86 ein ADS-Panel verbaut wurde, setzt Samsung auf ein VA-Panel, welches fast gegenläufige Eigenschaften besitzt. Das ADS-Panel hier im Nano 86 ist von der Performance her den besser bekannten IPS-Panels sehr ähnlich. Es bietet einen weiten Betrachtungswinkel, allerdings ist der Schwarzwert nicht so gut und geht eher ins gräuliche. Der Kontrast mit rund 1200 zu 1 ist auch eher dürftig und das verbaute Edge-Schnitt-Local-Dimming kann leider auch nicht wirklich viel mehr rausholen. Die Helligkeit mit maximal 720 Nits ist jedoch recht gut, wodurch Highlights in High-Dynamic-Range schon hervorstechen können. Eine Ausnahme ist hier die 50 Zoll-Variante, die tatsächlich ein VA-Panel verbaut hat. Das bewirkt einen besseren Kontrast und auch das Schwarz ist tiefer und gleichmäßiger. Man sollte aber dabei natürlich beachten, dass durch das andere Paneel der Betrachtungswinkel auch deutlich schmaler wird. Beim Samsung sieht es genau andersrum aus zum ADS-Panel des Nano 86. Durch das VA-Panel ist der Betrachtungswinkel sehr schmal und Samsung hat erst bei den teureren High-End-Modellen eine Schicht verbaut, wodurch sich der Winkel vergrößert. Der Q70A erreicht damit aber einen deutlich besseren Schwarzwert und einen Kontrast über 7000 zu 1. Leider wurde hier aber auf eine Local-Dimming-Funktion verzichtet, die noch mal um einiges mehr aus dem Paneel hätte rausholen können. Bei einer Spitzenhelligkeit von 590 Nits ist der QLED gar nicht mal so weit vom Nano 86 entfernt und wegen des tiefen Schwarzwerts wirken die Highlights in High-Dynamic-Range vielleicht sogar noch etwas heller. Wenn wir schon bei High-Dynamic-Range sind, es gibt auch paar Unterschiede bei den Formaten. Hier kann aber der Nano 86 besser abschneiden, da er neben HDR10 auch über Dolby Vision und sogar Dolby Vision IQ verfügt. Dadurch kann die Helligkeit des Fernsehers an die Umgebungshelligkeit angepasst werden. Und ja, wir können bestätigen, dass Dolby Vision beim Nano 86 auch in 4K-Auflösungen mit 120Hz möglich sind, bei der Xbox Series X. Jedoch ist der QLED von Samsung durch seinen Kontrast und seinen guten Schwarzwert deutlich besser, auch wenn er nur HDR10 Plus und nicht Dolby Vision unterstützt, wie wir es von Samsung gewohnt sind. Darüber hinaus gibt es in der Ausstattung ganz kleine Unterschiede. So hat der Q70A zum Beispiel einen Twin-Tuner, so dass man gleichzeitig eine Sendung aufnehmen kann, während man sich gerade eine andere anschaut. Allerdings braucht der Samsung QLED für den Google Assistant ein Drittgerät, während dieser beim NanoCell TV bereits integriert ist. Bei der ewigen Frage zwischen NanoCell und QLED muss man ganz auf die eigenen Bedürfnisse hören. Beim LG Nano 86 und Samsung Q70A kann man deutlich die Unterschiede der beiden Technologien bzw. der beiden Hersteller sehen. Die Spiegelungen kann der NanoCell Fernseher etwas besser umgehen. Sie sind zwar immer noch minimal sichtbar, jedoch weniger als beim Q70A. Das ADS-Panel des Nano 86 bietet außerdem einen äußerst weiten Betrachtungswinkel, wodurch sich der Fernseher gut eignet, wenn man mit mehreren Leuten zum Beispiel Sport schauen möchte oder zocken will. Hier hat das VA-Panel des Q70A einen deutlichen Nachteil, da das Bild, je schräger man drauf schaut, schnell ausgewaschen wirkt. Neben den genannten Punkten ist auch Dolby Vision noch ein Grund, warum der LG-Fernseher dann wahrscheinlich die bessere Wahl ist zum Zocken. Außer es geht ums Zocken alleine in einem abgedunkelten Raum, denn dann hat der Q70A ganz klar die Nase vorne. Durch den deutlich höheren Kontrast und dem tiefen Schwarz kann er ein wirklich ansehnlicheres Bild darstellen als der Nano 86, vor allem wenn es um High-Dynamic-Range geht. Auch wenn der NanoCell-Fernseher über Dolby Vision IQ und eine Edge-Lit-Local-Dimming-Funktion verfügt, ist die Bildqualität vom Samsung QLED doch einfach besser. Naja, ich glaube beide Technologien werden es immer schwieriger haben, da OLED-Fernseher auch immer günstiger werden. Ein Nano 86 oder ein Q70A kann noch eine gute Option sein, wenn der Fernseher zum Beispiel ein wirklich gutes Angebot hat oder wenn er vor allem besonders groß sein soll. Welcher dann für euch die bessere Wahl ist, sollte durch das Resultat gerade klar geworden sein. Es gibt klare Stärken und Schwächen und je nach Situation müsst oder eher gesagt, solltet ihr euch anders entscheiden. Aber es gibt auch ganz schön viele andere gute Kandidaten. Das hängt dann aber wie gesagt immer von eurer Situation ab, ob ihr zum Beispiel Gaming macht oder einfach nur HDR-Inhalte schaut oder ob es bei SDR bleibt. Über die Links in der Beschreibung findet ihr noch mehr Informationen und natürlich auch die aktuellen Preise. Damit kommt ihr dann direkt zu den besten Online-Angeboten. Das kostet euch natürlich keinen Cent mehr und ihr unterstützt unseren Kanal. Seid ihr eher im NanoCell oder eher im QLED-Lager? Teilt eure Meinung unten in den Kommentaren.